hallo und herzlich willkommen bei wetter gamble ich bin heute wieder auf die ich mache musik an sound und vollbild perfekt ach ja dann mache ich heute mal wieder ein xl video ich glaube das wird auch das letzte erstmal sein mein letztes xl video denn ab morgen muss ich wieder arbeiten dann werden wir mal gleich mit den quests anfangen quest daily complete daily quest ok spend 20 ist er mir ok das ist ja die energie in torsion heroes three times habe ich den heroes habe ich den einen den ich ich sortiere erstmal eine fraktion das sind alle einzeln nur einmal 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 ich habe keinen doppelten schaden ziel die die Beschwören. Ah, da habe ich noch zwei. Eins. Zwei. Oh, der sieht ja cool aus. Ein Buch, ja, jetzt kriege ich noch ein hochladen, noch ein Beschwören. Oh, Baja. Oh, wie die Heros-Lung! In den Kampf! How many times can I wish? Vielmehr war das. Item in New Curve will ever explode. Correct? Ah, now I need to speak to you, oh no, correct, incorrect, oh Mensch, after which I need to stay in my mind, before I can wish again, right, ah, yeah, wish, and so much, ah, Mensch, ich brauche so ein kleines Ding hier, naja, erstmal egal, wir können den nicht zur Beschwörung machen, hab ich den schon? Nein, den Shuttleboy fahre ich glaube ich noch nicht. Aber ich brauche noch. Events brauchen wir nicht. Okay. 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 9 Minuten. Doppelte. Gims. Diamanten. Da muss ich mich dabei. 9 Minuten hab ich noch. Hm. Also beschwert haben wir schonmal, mit den Aufleveln geht noch nicht. Ich hab noch kein Levelmaterial. Dann mach ich das einmal. Colossal Catacombs. Katacombs. Katacombs. 18 Minuten. 20, 19 Situationen. 20, 19, eh, 20, 19. 15 und 16 und den 1 1 1 1 1 1 1 1 1 und den noch. Ich probiere mal den zweiten. Vielleicht schaffe ich den ja jetzt auch. 20, 19, 17, 15 Wir sollten nicht closed. 10, 18, 15 Ich habe einen Slider da und ich habe einen Slider da und ich habe einen Slider da. Oh! Geschafft! Nice. Nice, nice, nice. Nice. Netze. Freunden. Battle with friends. Arena. Achso. Arena. Ah, da ist einer. 250.000. 250.000, 2500. Oder solche, die haben Sterne, Steinchen, Geld oder Medaillen. 18 habe ich nicht. Oder 18 habe ich nicht. 199, gerne. Gesundheit! Kaufen wir uns den einmal. Und den einmal. Und dann machen wir gleich den Kampf. Void Ranking. Wo bin ich denn? Ja, ja, ja. Ähm, Entschuldigung. Dann gehen wir auf Duell. Dann greifen wir an. Den ersten. Guck mal, das sind die ja ganz schwache. Können wir den nehmen. Oh, das habe ich weggedrückt. Nochmal. Ich wollte das machen. Nein. Mehr lieber nicht. Ob ich das gewinne? Oh, das war ganz krass. Oh, das war ganz krass. Das war ganz krass. Das war ganz krass. Wird auf Battle gehen. Auf Arena. Der. Virtuell. Den nächsten. Jetzt kommt der weg. Und der. Und schnell. Reifen. Okay. Die nächste. Das war auch gleich so. Ist ja keiner von meinen gestorben. Ah, automatisch. Bringt das eigentlich was? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. da ist jetzt einer gestorben würde ich den nächsten nehmen aber ich bin jetzt sowieso fertig, ich brauchte ja nur 3 und wir können jetzt so aufleveln mit den kann man auch kämpfen mit den auch so 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 Noch mal noch. Ich dachte, ich hätte einen zum Aufleveln, anscheinend nicht. Eine Runen kann ich aufleveln. Heroes, 1. Okay. 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 Auch kein Mal. So einmal. time� of an. What if I'm going? Und jetzt gehen wir zum Battlen, ich nehme hier eine ganz leichte Arena, eine ganz leichte Runde und ich werde hier nur meine schwachen Leute nehmen und wir fangen mit dem schwachen Freund auch an. Oh, gut. Dann mache ich das anders, ich nehme den hier, mein Hauptcharakter, benutze zwei und den. Aber jetzt, haben sie direkt in der Welt 15 sich gemacht? Ich habe bestimmt auf Hard schon, bestimmt weil ich schon einmal durchgespielt habe. Also die Arena, äh Arena, die die, ah es ist das auf Hard. Dann fangen wir aber noch von neu an. Die drei und den. Geht doch. Geht doch. Nex. Und den. Geht doch. Und die nächste Runde. Uh oh. Hmm. Again. Ja, das schaffe ich. Ja. 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 Gut. Ja. 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 das das sieht nicht gut aus doch im Geist und Schaden des Magistans es gibt so einen schlag noch die freunde sind alle weg kommt jetzt der dran dann nehme ich immer den letzten weg wenn ich sterbe dann tue den danach es 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 Was ist das? Es war aber schon knapp gewesen, sag ich jetzt mal, ja? Again, den letzten weg und den nehmen. Das war's für mich. Das war ja wohl nichts. Ich bin gerade am Überlegen. Hab ich den hier weggenommen und wieder reingesetzt? Ich glaube schon. Ich müsste den wegnehmen und der kommt rein. Ich muss den wegnehmen. Der Baum heizt sich die ganze Zeit wieder hoch. Mein kleiner. Mein kleiner. Ein kleines Bäumchen. Aber ich bin tot. Ich bin tot. Ach was ist das? Das habe ich gewonnen. Gehohl. Kommt jetzt da was? Noch nicht? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Das sieht schlecht von mir aus. Ach doch. Schaffe ich nicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Fähigkeiten. Ah, jetzt kommt da was. Boah, ein Schuss tot. Nee, das schaffe ich nicht. Nochmal probieren. Nochmal. Wir nehmen den schlechtesten weg. Wir nehmen jetzt den hier. Der ist von Level 1, hat allerdings 3 Sterne. Aber ich glaube nicht, dass das soviel ausmachen wird. Übrigens, ich spiele jetzt gerade das allererste mit den Schatten. Oh, ein Heiler-Tot. Das ist schon gut. Das war der Heiler-Tot. Ich könnte es doch schaffen. So. Jawohl. Die hat hier eine Fähigkeit gelernt. Alle Level ab. Nice. Dann holen wir mal hier die Punkte ab. Wir haben unsere Energie verbraucht. Und wir haben mit Freundinnen gekämpft. Jetzt muss ich noch einen aufleveln. Aufleveln. Weil ich jetzt wieder Probleme habe. Ah, nicht beschwören. Aufleveln. Habe ich denn was zum Aufleveln hier? Äh, sortieren wir mal eine Fraktionen. Das sind alles. Ach, einer ist doppelt. Das ist gut. Und was bedeutet das hier? Mit dem kann ich was machen. Den werde ich aufleveln. Ich benutze den hier. Du bist auflevel 6. Das passt ja. Perfekt. Ah, ich muss 3 Helden waren das. Ah, nicht 3 Level. 3 Helden. Holy shit. Wo kriege ich jetzt? Da, den brauche ich. Der ist zum Aufleveln. Oder hier. Oder der. Oder der. Oder der. Oder der. Oder der. Pfff. 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 erstmal suchen. Gestern hatte ich ja noch welche gehabt, aber heute ist alles weg. Den brauche ich. Da war ich ja gerade schon mal drin. Ah, den Shop war ich auch schon drin. Wenn ich einmal wechsle... Ja, da habe ich den. Bei und den kaufen. Den habe ich schon, dann kann ich den auch schon mal benutzen. Da. Und der ist neu. Und das ist gut. Nehmen wir den. Und benutzen den Pilz dafür. Ja. Ja okay, ist ja egal wie viel. Aufgelevelt. Und jetzt... Noch einmal. Neh, neh, neh. Öh ... Do ... Ach stimmt, das kann mir ja mal einsammeln. Hab ich gestern glaube ich auch nicht gemacht. Ich brauche noch einen zum hochleveln, soll ich 5 bezahlen, na komm, machen wir das. Baum haben wir schon, Skelett haben wir, den Pilz haben wir auch, gut, dann gehen wir wieder auf Stars, den letzten, das wäre der in dem Sinne, weil die anderen beiden habe ich ja schon, und level ihn nochmal auf, zack, damit ist meine Quest fertig, meine Daily, die B, das nächste Puzzleteil. Gut, und das war das, was ich machen wollte, die Dailies, ich hoffe ihr hattet Spaß, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bis dahin wünsche euch viel Spaß, und auf Wiedersehen, ciao, ciao.